Also das nenne ich ein schönes Maschinenbewehr. Ich hab jede Menge Kugeln für euch, Mixer! Kaum zu glauben, dass sich ein Schwachkopf wie Arlington sowas ausgedacht hat. Da wird nicht mehr viel übrig sein. Aber warum wir kreißen nicht auf dich? Das kann nicht hier nicht weitergehen. Man muss den Kreis verlassen können. Was hab ich falsch gemacht? Wie kann ich es korrigieren? Was zum Teufel, singst du doch von mir! Macht ihr den Gehreben aus dem Kampf? Ist nur noch bald anlaufen. Das war's für mich. Was war das für mich? Ja, das war's für mich. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020